Es sind zwei Kollegen, Fussballmanns, Real Madrid gegen Barcelona in Madrid. Dann macht plötzlich ein Kollege, langt sich die ganze Zeit und kommt die Frage. Dann sagt der andere Kollege, ja, was ist? Dann der Kollege, nein, 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 nein. Dann sagt er, ja komm, sag jetzt mal. Dann sagt er, ich verstehe das nicht. 80'000 Zuschauer, 22 Spieler, 3 Schützrichter und der Vogel muss genau ausgereicht und mir auf den Kopf scheissen. Entschuldigung. Nigare Jahr. N Jä 압 yieldierezu. N Vielen Dank.